einen wunderschönen guten tag ich habe gerade wieder eine revolutionäre idee wir haben ja dieses jahr schon den revolutionären NBD gemacht Skateboard Trick Nosterrad Forz Skateboard Trick und jetzt machen wir uns daran ein Maskottchen zu erschaffen und zwar habe ich ja den gormel der redet ungefähr so so ähnlich wie das baby von den dinos nicht die mama so ungefähr aber dann kann ich halt noch dieses hallo leute und das braucht auf jeden fall noch einen namen ich kann mir einfach keinen geilen namen dafür überlegen und um euch zu überzeugen dass das ganz toll ist perform ich euch jetzt hier noch ein bisschen was ist gar nicht so leicht ich muss das schneiden ich schlief zu wenig und ich trage zu viel die schmerzen im Kopf vor ein vertrautes Gefühl ich halte auf auf gute Freunde auch ein neues Jahr auf ein neues Jahr auf ein neues Jahr Das wird unser ganz eigener Pepe. Blutige Küche, bittere Willen, vom Schützer gefickt und immer drei Probleme. Ich war Teil der Lösung und mein größtes Problem stand vor mir und konnte mich nicht sehen. Ich stecke auf, auf gute Freunde, verloren Liebe, verfallte Götter. Und auf neue Ziele, auf die ganz normale Welt sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017